Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Active Directory Tipp. Genau, heute geht es nicht um das Azure Active Directory, sondern um das lokale Active Directory. Und zwar genauer gesagt um eine Lösung von Microsoft, die nennt sich Labs. L-A-P-S steht für Local Administrator Password Solution. Und was es damit auf sich hat und was wir genau umsetzen, das werde ich Ihnen gleich in diesem Video erklären. Stellen Sie sich die folgende Situation vor. Sie haben ein sogenanntes Golden Image erstellt. Sie haben ein PC-System verwendet und Sie haben auf diesem PC-System alle notwendigen Applikationen installiert. Und das ist nun Ihr Golden Image. Sie verwenden dieses Golden Image, um dann alle anderen Systeme auch aufzusetzen. Ein Nachteil könnte sein, dass in diesem Golden Image wird ein lokaler Administrator verwendet mit einem spezifischen Kennwort. Und dieser lokale Administrator ist dann logischerweise immer der gleiche, wenn Sie mit Ihrem Golden Image arbeiten. Das heisst, auf jedem System ist dann dieser lokale Administrator vorhanden mit dem gleichen Kennwort. Und das kann eine Angriffsfläche bieten. Stellen Sie sich vor, Sie müssen einmal, ja aus was für Gründen auch immer, eine Person das Kennwort des lokalen Administrators angeben, damit eine Anpassung am System durchgeführt werden kann. Diese Person kennt dann das Kennwort vom lokalen Administrator nicht nur für das eigene System, sondern auch für alle anderen Systeme, weil es ja immer der gleiche lokale Administrator ist. Und da kommt die Lösung von Microsoft zum Einsatz, Local Administrator Password Solution, damit wir dieses Kennwort ändern können, und zwar zentral von einem System aus. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie das Ganze implementieren. Dazu müssen wir dieses Werkzeug zuerst einmal herunterladen. Wir starten den Browser, navigieren zu unserer favorisierten Suchmaschine, und dann suchen wir nach Microsoft Labs. Der erste Link führt zum Ziel, und wir können direkt hier den Download ausführen. Zuerst einmal müssen wir auswählen, was wir denn herunterladen wollen. Wir klicken auf Download, und in meinem Fall, ich brauche Labs in der 64-Bit-Architektur, und Sie können zum Beispiel noch den Operations Guide herunterladen. Da erhalten Sie eine Anleitung, wie Sie das Ganze einrichten können. Ich belasse es ganz einfach bei dieser MSI-Datei. Das ist alles, was wir brauchen. Das habe ich schon vorbereitet. Ich navigiere da einmal zum Windows Explorer, und ich schaue mich da ein wenig um, navigiere da zu dieser PC, zum C-Laufwerk, dann Software, und hier haben wir Labs. Ich habe also diese Datei bereits heruntergeladen, und auch den Operations Guide. Sie können die Verwaltungskonsole auf einem x-beliebigen Server, welcher Mitglied der Domäne ist, installieren. Ich habe jetzt in dieser Umgebung nur ein System, einen Domänen-Controller mit dem Namen DC01. Darum verwende ich den Domänen-Controller. Aber das spielt theoretisch keine Rolle. Also gehen wir zurück zu unserem System, und wir starten diese MSI-Datei. Es ist eine MSI-Datei, das können wir schnell prüfen, indem wir die aktuelle Ansicht etwas anpassen, beziehungsweise hier die Dateinamen-Erweiterungen einblenden. Das ist diese MSI-Datei. Doppelklick auf diese MSI-Datei, und das ist nun der Assistent. Ich klicke auf Next, und dann müssen wir die Lizenzbestimmung akzeptieren. Ich klicke weiter, beziehungsweise auf Next. Und jetzt, was wollen wir installieren? Wenn wir auf einem Client-System sind, welches wir verwalten wollen mit Labs, dann müssen wir die erste Option installieren. Das ist auch die Standard-Option. Das brauche ich auf diesem Domänen-Controller nicht. Darum möchte ich dieses Feature nicht installieren. Ich möchte die anderen Features installieren. Und zwar möchte ich ein UI, ein User-Interface, da steht jetzt wirklich Fat-Client-UI, lassen wir das. PowerShell-Module gibt es dazu, und ich möchte auch die Editor-Templates für die Gruppenrichtlinien. Also ich richte hier auf diesem Server die Management-Tools ein. Es geht weiter, dann wählen wir Install aus. Das ist einmal der erste Schritt. Jetzt, sämtliche Systeme, die Sie mit Labs verwalten wollen, brauchen ebenfalls diese Installation, und zwar eben den ersten Teil. Das heisst, Sie müssen nun diese Datei verteilen, entweder über Gruppenrichtlinie oder über den Microsoft Endpoint Configuration Manager, egal wie Sie Software verteilen. Ich werde jetzt eine Verbindung aufbauen zu Client01 und dort diese Datei schnell ausführen. Ich befinde mich auf dem System CL01 und hier werde ich diese Software schnell installieren. Ich habe eine Freigabe eingerichtet auf dem Domänen-Controller. Backslash, Backslash, DC01, Backslash und die Freigabe heisst Software. Anschliessend navigieren wir in den Ordner Labs und dann wählen wir diese MSI-Datei aus. Und hier geht es darum, den ersten Teil zu installieren, also die ADMPWD-GPU-Extension. Nicht die Management-Tools, sondern den ersten Teil. Ich klicke auf Next und dieser Teil wird installiert. Also auf sämtlichen Systemen, die Sie mit Labs verwalten wollen, müssen Sie diese Installation durchführen. Selbstverständlich bietet es sich an, zum Beispiel eben mit einem Gruppenrichtlinienobjekt zu arbeiten, um diese Software zu verteilen, oder was Sie auch immer einsetzen für die Software-Verteilung. Jetzt geht es zurück zum Domänen-Controller. Ich befinde mich auf dem Domänen-Controller und der nächste Schritt besteht darin, dass wir nun das Schema aktualisieren müssen. Und dazu habe ich ein Skript vorbereitet, beziehungsweise eine PowerShell-Datei. Zuerst einmal der Link, wo Sie Labs finden können. Dann müssen wir das Schema extenden, beziehungsweise erweitern. Zuerst einmal verwenden wir den Befehl Import Module. Und der Name von diesem Modul ist ADMPWD.ps. Ich setze den Cursor auf die Zeile 8, führe diese aus, das Modul ist importiert. Und jetzt müssen wir das Schema aktualisieren mit Update-ADMPWD-AD-Schema. Der Cursor blinkt auf der Zeile 9, führe diese aus und das Schema ist nun angepasst worden. Jetzt müssen wir die Berechtigungen ändern, und zwar auf der Organisationseinheit, mit der wir arbeiten wollen. Meine heisst Labs Client. Ich zeige Ihnen, wie das aussieht. Ich befinde mich im Werkzeug Active Directory Benutzung Computer, hier die Organisationseinheit Labs Client. Und hier sind sämtliche Systeme enthalten, die ich mit Labs verwalten will. Darum nehmen wir den Namen mit Labs Client und fügen den hier im Skript ein mit ZADMPWD-Compute-Self-Permission-OrgUnit. Und das ist der Name der Organisationseinheit. Wir setzen den Cursor auf die Zeile 12, führen diese aus. Jetzt können wir einmal die sogenannten Extended Rights untersuchen von dieser Organisationseinheit mit Find ADMPWD-Extended Rights. Ich setze den Cursor auf die Zeile 16, führe diese aus. Und das sind im Moment die aktuellen Berechtigungen. Ich möchte nun die Berechtigungen erweitern, und zwar mit dem Commandlet Z ADMPWD-Read-Password-Permission. Und dann in der Zeile 22, Reset-Password-Permission. Und jetzt, was möchten wir hier genau durchführen? Und zwar möchte ich folgendes. Ich möchte hier mit der Identity Labs Client arbeiten. Und dann minus Allowed Principles. Und ich gebe hier an die Domänen-Administrator und eine globale Gruppe mit dem Namen Corp. backslash gg-underline-it-admins. Schauen wir uns das Ganze an. Es gibt da in der Organisationseinheit Gruppen, die Gruppe gg-underline-it-admins. Da ist ein Konto enthalten, Tom Wechsler. Und diese Gruppe ist Bestandteil von den lokalen Gruppen, also lg-it-admins. Das heisst also, ich muss den Namen noch anpassen, weil lg-underline-it-admins hat als Mitglieder die Gruppe gg-underline-it-admins. Das heisst also, ich muss das hier ändern. Ich habe da den falschen Namen eingesetzt und auf der nächsten Linie ebenfalls. Ich muss hier lg-underline-it-admins verwenden. Diese Anpassung ist gemacht. Das passt soweit. Und jetzt sehe ich hier, da bei der Zeile 22 muss ich noch einen Namen anpassen. Org-Unit, da verwenden wir nicht Client, sondern da verwenden wir ebenfalls den Namen Labs-Client. Das muss ich ebenfalls noch schnell anpassen. Das kommt halt von Copy-Paste, aber das passt schon. Also, jetzt geben wir die Berechtigungen Read-Password-Permission und Reset-Password-Permission. Und zwar den beiden Gruppen, den Domänen-Administratoren und eben dieser spezifischen Gruppe, die ich hier angegeben habe. Das müssen Sie selbstverständlich für Ihre Bedürfnisse anpassen. Ich setze den Cursor auf die Zeile 19, führe diese aus. Wir sehen nun, Status ist Delegated. Und dann setzen wir den Cursor auf die Zeile 22, führen das Ganze aus. Und jetzt können wir das Ganze wieder überprüfen mit der Zeile 25. Das sieht doch nun sehr gut aus. Diese beiden Sicherheitsgruppen sind nun vorhanden. Gut, jetzt geht es darum, dass wir ein Gruppenrichtlinienobjekt anlegen mit den entsprechenden Berechtigungen. Damit nun diese Passwörter dann auch gesetzt werden können auf den Endsystemen. Dazu folgendes. Ich navigiere einmal zum Windows Explorer und navigiere zu dieser PC. Dann wähle ich das C-Laufwerk aus Windows. Und dann navigieren wir zum Ordner Policy Definitions. In diesem Ordner wurden zwei zusätzliche Dateien abgelegt. Und zwar einmal admpwd.admx und dann im Ordner en-us die dazu passende Sprachdatei. Ich habe in meiner Infrastruktur noch keinen sogenannten zentralen Speicher der Gruppenrichtlinienobjekte bzw. der administrativen Vorlagen. Darum kopiere ich mir den kompletten Ordner, um einen zentralen Speicher einzurichten. Wenn Sie schon einen zentralen Speicher haben, müssen Sie nur die beiden Dateien, diese admx-Datei und die adml-Datei, in den zentralen Speicher hinein kopieren. Wie funktioniert das Einrichten eines zentralen Speichers? Ganz einfach. Rechtsklick. Ich wähle Kopieren aus. Dann navigieren wir zum Sysvolverzeichnis. backslash backslash dc01 backslash sysvol. Wir öffnen die Domäne, Policies und hier fügen wir nun diesen Ordner ein. Jetzt richten wir einen sogenannten zentralen Speicher ein für die administrativen Vorlagen. Und jetzt müssen wir das Gruppenrichtlinienobjekt anlegen. Dazu navigieren wir im Server Manager zu Tools und wählen Gruppenrichtlinienverwaltung aus. Wir öffnen diese Konsole, dann navigieren wir zur Gesamtstruktur. Wir öffnen die Domänen, core.pri, Gruppenrichtlinienobjekte. Und jetzt erstellen wir ein neues Gruppenrichtlinienobjekt. Labs, Settings, wähle OK aus. Dann editieren wir das Ganze, bearbeiten. Anschliessend navigieren wir zu den Richtlinien. Wir wählen die administrativen Vorlagen aus. Und wir werden gleich sehen, bei den administrativen Vorlagen, dass wir jetzt mit dem zentralen Speicher arbeiten. Sehen Sie, vom zentralen Computer abgerufene Richtliniendefinitionen. Das ist der zentrale Speicher. Wir wählen Labs aus. Und jetzt können wir hier die Konfiguration durchführen. Passwort Settings, das Ganze einmal aktivieren. Und hier verwenden wir diese Werte Passwortlänge und Passwort Age Days. Zum Beispiel 14 und 30. Das können Sie jetzt für Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie erhalten hier auch immer eine Beschreibung. Übernehmen und OK. Wenn Sie mit einem lokalen Administrator arbeiten, der einen anderen Namen hat als der Build-in-Administrator, dann können Sie hier diesen Namen angeben. Aber Achtung, Sie sehen es, es ist hier in der Beschreibung geschrieben. Wenn Sie mit dem Build-in-Administrator arbeiten, dann müssen Sie nichts anpassen. Bei mir heisst der lokale Administrator Admin. Darum gebe ich hier den Namen an. Übernehmen und OK. Hier können Sie entscheiden, was soll passieren, wenn das Kennwort planungsmässig abläuft, dass es dann sofort geändert wird oder eben nicht. Das ist eine Entscheidung, die Sie hier treffen können. Also wenn Sie diese Einstellung aktivieren, ist ein geplanter Ablauf des Kennworts, der länger ist als das von der Richtlinie vorgegebene Alter eben nicht zulässig. Das heisst, wenn ein solcher Ablauf erkannt wird, wird das Kennwort sofort geändert. Das können Sie hier entscheiden. Was noch wichtiger ist, die letzte Option, dass wir das Ganze aktivieren, dass wir das Passwort verwalten können. Übernehmen und OK. Jetzt schliesse ich den Editor und nun müssen wir das Gruppenrichtlinienobjekt verknüpfen mit der Organisationseinheit Labs Client. Dazu verwende ich Rechtsklick, vorhandenes Gruppenrichtlinienobjekt verknüpfen. Wir verwenden unser eben erstelltes Gruppenrichtlinienobjekt und ich wähle OK aus. Gut, wir können nun die Gruppenrichtlinienverwaltung schliessen und jetzt geht es darum, auf den Client-Systemen das Gruppenrichtlinienobjekt zu übernehmen. Das heisst also, ich wechsle wieder zurück zu CL01. Zurück auf dem System CL01. Wir öffnen eine PowerShell mit erhöhten Rechten und dann verwenden wir GP Update Slash Force. GP Update Slash Force. Selbstverständlich könnten Sie jetzt einfach auch einen Neustart abwarten, wenn die Endbenutzerinnen und Benutzer am Abend das System herunterfahren und am anderen Tag wieder neu starten. Und so werden dann die Gruppenrichtlinien ebenfalls aktualisiert. Ich möchte Ihnen ja selbstverständlich am Schluss das Endresultat zeigen, darum werden wir das Ganze etwas beschleunigen. So, und jetzt geht es wieder zurück zum DC01. Ich befinde mich wieder auf meinem Domänencontroller. Wie können wir jetzt testen, ob das Ganze funktioniert hat? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir arbeiten mit dem Werkzeug Active Directory Benutzer und Computer. Wir navigieren zur Organisationseinheit Labs Client, weil bei dieser Organisationseinheit haben wir ja das Gruppenrichtlinienobjekt verknüpft und darin enthalten die beiden Systeme. Rechtsklick, ich wähle Eigenschaften aus. Und übrigens, bevor ich Ihnen das zeige, nochmals zurück zum Werkzeug. Damit Sie das Ganze auch sehen können, müssen Sie die Ansicht erweitern. Und zwar müssen Sie die erweiterten Features einblenden. So, jetzt Rechtsklick auf CO01, Eigenschaften, dann navigieren wir zum Attributediter und jetzt navigieren wir ein wenig nach unten. Und jetzt schauen wir uns zwei folgende Attribute an. Und zwar sehen Sie hier MS-MCS-ADM-PWD, das ist das Kennwort. Und hier haben wir das Ablaufdatum. Das ist jetzt etwas viel, aber das passt schon. Das ist das Ablaufdatum, müsste in Sekunden sein, sehr wahrscheinlich. Und es spielt keine Rolle, aber Sie sehen zwei Werte. Das zeigt dann, dass wir erfolgreich waren. Oder wir können das User-Interface verwenden. Wir navigieren zum Start und wählen Labs UI aus. Und jetzt suchen wir, und zwar zuerst einmal nach CL01. Das ist das erste System. Ich verwende Search. Und schauen Sie mal, da ist unser Kennwort aufgelistet und das Ablaufdatum. Und das können wir jetzt entsprechend anpassen, falls wir möchten. Beim CL02 müsste das eigentlich auch funktionieren. Ich verwende hier ebenfalls die Suchfunktion Search. Und in der Tat, schauen Sie mal, das Kennwort und das Ablaufdatum. Und ab jetzt können wir für unsere Systeme, die in unserer Organisationseinheit Labs Client sind, das lokale Administrator-Kennwort zentral verwalten. Und in der Tat, geh mal zuerst um einen Switch. Und das abge stimmigeselo un différents Tod. Und das ist mein Problem. Vielen Dank.